In Rumänien wird ein neuer Präsident gewählt. Und ein beherrschendes Thema ist die Korruption. Kürzlich wurden Ermittlungen gegen neun ehemalige Minister aufgenommen, wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechung im Zusammenhang mit Softwarelizenzen. Experten fürchten, dass der Kampf gegen die Korruption mit der Wahl eines neuen Präsidenten schwächer werden könnte, je nachdem, welcher Kandidat gewinnt. Der Bruder des amtierenden Präsidenten Trajan Basescu ist in einen Bestechungsskandal verwickelt. Dennoch hat der Staatschef die Antikorruptionsbemühungen vorangetrieben. Ministerpräsident Viktor Ponta jedoch, der ebenfalls antritt und in Umfragen vorne liegt, wirft der Justiz regelmäßig Einseitigkeit vor. Staatsanwälte ihrerseits beklagen politischen Druck. Sie verweisen auf die steigende Rate von Verurteilungen. In diesem Jahr sind bis zum September rund 1000 Menschen verurteilt worden, in Fällen, die die Antikorruptionseinheit geleitet hat. Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Adrian Nastase wurde 2012 wegen Korruption zu zwei Jahren Haft verurteilt. Viele sehen das als Erfolg. Doch das Justizsystem stehe immer noch auf wackeligen Füßen, sagen Kritiker. Die Reformen, die oft als unumkehrbar dargestellt werden, können in zwei Tagen rückgängig gemacht werden. Es hängt viel davon ab, wer an der Spitze der Justiz steht. Bei der Präsidentenwahl geht es also um mehr als nur den Staatschef. Es geht auch um das Vertrauen der Bürger in ihren Staat und in ihre Justiz. Bei der Präsidentenwahl geht es.